ja hi ich wollte ein dickes fettes dankeschön loswerden und zwar an die ersten 210 abonnenten ja letzte woche kam das 100er video raus heute sind wir schon 210 da sieht man mal ich konnte gar nicht so schnell reagieren um genau passend die 200er ja zu begrüßen deswegen mache ich jetzt herzlich willkommen auf meinem kanal vielen vielen dank für euer abo vielen vielen dank an auch schon die älteren an die an die mitarbeit an die kommentare an die likes an die vorschläge an die dislikes an alles was so rundherum passiert übrigens wenn man auf den youtube kanal geht da gibt es ein instagram button auch den kann man mal drücken wo wir gerade bei drücken sind 90 prozent meiner zuschauer sind keine abonnenten das müssen wir ändern deswegen kostet euch nichts bringt mir sehr sehr viel einfach den abonnenten button einmal drücken wenn ihr wollt vielleicht auch noch die glocke so verpasst ihr kein einziges video mehr würde mich freuen würde mir unheimlich viel bringen jetzt aber zurück zum thema mein danke video ich möchte euch von herzen danken es ging alles so schnell ich bin sprachlos war wahrscheinlich bei dem ersten auch schon leicht erkennbar aber ich möchte euch eine kleine aus einen kleinen ausblick geben auf das was da in nächster zeit kommt womit ich mich natürlich weiterhin beschäftigen werde ist ausrüstung messer schlafsäcke alles was irgendwie zum bushcraft passt das finde ich persönlich auch sehr sehr spannend ich persönlich gucke solche videos auch sehr sehr gerne natürlich gucke ich auch sehr gerne übernachtungen wanderung auch die kommen ist natürlich alles ein bisschen zeitaufwendiger aber wie gesagt das steht alles noch quasi auf der to do liste es werden auch übernachtungen im wald kommen es werden auch die nächsten bushcraft treffen sicherlich das eine oder andere lebenszeichen wird aufgenommen und dann natürlich auch auf youtube hochgeladen na klar es kommt noch ganz ganz viel ich habe ganz viel was ich gerne noch machen möchte und ich hoffe ihr begleitet mich dabei die bushcraft für anfänger reihe geht natürlich auch weiter ich habe mir vorgenommen zweimal die woche ein ein video hochzuladen bis jetzt ist es mittwochs und freitags mal gucken vielleicht gehe ich auch auf dienstags und freitags aber bis jetzt das läuft einfach mal weitermachen mal gucken wenn ihr natürlich irgendwelche anregungen wünsche oder ähnliches habt könnt ihr natürlich gerne in die kommentare tippen ein like würde mich natürlich auch unheimlich freuen und was mich natürlich auch freut ist wenn ihr abonnent werdet was ihr machen könnt ist schaut einfach mal auf meiner youtube seite nach da gibt es ein instagram button ganz rechts oben draufklicken da gibt es dann vielleicht auch schon mal so die eine oder andere ankündigung von den nächsten videos die dann da kommen kann sich vielleicht lohnen nur so als kleiner geheimtipp ich sage noch einmal von herzen vielen vielen dank für die tolle unterstützung für das tolle miteinander ich hätte das mir nie träumen lassen was in so kurzer zeit möglich ist natürlich nur dank euch deswegen sage ich danke ihr seid die besten ich freue mich auf das nächste video auf die nächsten videos in diesem sinne macht's gut tschau